Dokumente lassen sich in Antext einfach in eine oder mehrere Akten verschieben oder kopieren. Zunächst müssen die Dokumente ausgewählt werden, die kopiert oder verschoben werden sollen. Anschließend gelangt man mit einem Rechtsklick ins Kontextmenü. Dort wählt man eine der beiden Varianten. Der Ablauf ist identisch. Beim Verschieben verschwinden die Ausgangsdokumente in der Ursprungsakte. Zunächst wählt man, wohin Dokumente verschoben oder kopiert werden sollen. Man kann Aktennummern eintragen, man kann aus einer Liste der zuletzt bearbeiteten Akten auswählen, man kann den Aktensuchassistenten öffnen und man kann auch definieren, dass man Dokumente in mehrere Akten verschieben oder kopieren möchte. In diesem Fall wählt man aus einer Aktenliste die Akten, in die kopiert werden soll und kann dort die entsprechenden Akten markieren. Anschließend tauchen beide Akten als Ziel im Assistenten auf. Man kann jederzeit weitere Akten hinzufügen und die Aktenliste auf diese Art und Weise ergänzen. Auch Zuordnungen zu Empfängern sind möglich. Hier wählt man aus der Empfängerliste den passenden Empfänger aus und kann anschließend die Dokumente selbst auch modifizieren, indem man zum Beispiel die Namen ergänzt und anpasst oder beispielsweise auch das Dokumentendatum umstellt. Auch die Ordner lassen sich hier pro Dokument zuweisen. Die Haken links von den Dokumenten zeigen nur an, dass die Dokumente verschoben oder kopiert werden. Möchte man Eigenschaften von mehreren Dokumenten ändern, muss man die mit Multi-Select auswählen und kann dann über den entsprechenden Link oberhalb der Liste den Eigenschaften-Dialog öffnen, wo man dann für alle markierten Dokumente die entsprechenden Metadaten und Eigenschaften verändern kann. Sind alle Eigenschaften gesetzt, kann man über Speichern den Kopier- oder Verschiebevorgang auslösen. Die Ausgangsdokumente bleiben, da wir hier Kopieren gewählt haben, in der Ausgangsakte sind aber auch in allen vorher gewählten Zielakten enthalten.